Ich würde sagen, wir fangen einfach so an. Ihr seid ja nicht hier wegen meinen großartigen, nie bevor produzierten Folien, oder? Das ist leicht zu machen, also das Slide-Tag befindet sich hier, was mache ich jetzt mit so einem, steht da auch eine URL drunter? Ja, das wäre gu.gl.flash uf2gcw. Das kann ja gehackt werden, gell, mittlerweile, aber nicht ganz von deinem Schwerpunkt. Ich sehe aus wie ein Laptop-Verkäufer gerade. Haben wir das jetzt aus dem Weg, dann können die jetzt gehen, die reich werden wollen, die sind ja schon mal hier. Ich fange schon mal an mit dem Reich werden. Ich fange gleich im Zug an. Also ich habe mir vorgestellt, dass ja alle Hinseher so aussehen. Das geht jetzt noch ohne Geschlechtsumwand. Ja, aber es geht ums Bett. Das ist relativ, doch. Das ist ein kleines G. Lässt sich daraus, also ja, gut. Das ist das Ding schon wieder auf. Ja. Ja. Ähm. Grow fast. Ist das hier. Ich dachte, das wäre ein anderes Thema. Wie gesagt, ich brauche nicht unbedingt Folien. Ähm. Es gibt zwei Wege, wie wir das hier machen können. Ich habe, gestern hatte ich einen Vortrag, wo es um meinen täglichen Podcast anerzählt ging und wie ich das mache. Und da war dann ein Feedback, was ich heute bekommen habe, hey, ich habe mir irgendwie was workshoppigeres vorgestellt. Ich habe bei dem Vortrag, als ich den eingereicht habe, hingeschrieben Vortrag, weil ich irgendwie gedacht habe, ich bereite einen Vortrag vor. Ich wollte aber an dieser Stelle mal jetzt gerade explizit sagen, das kann gerne interaktiv sein, das kann gerne dynamisch sein, wir können gerne diskutieren, ihr dürft mich an jeder Stelle unterbrechen. Ähm. Und ich setze mich auch gerne hin und wir erarbeiten uns alle in unserem Plan, reich zu werden. Was ich mal mitgebracht habe, sind verschiedene Dinge. Also vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich selber habe, äh, ich war am Anfang meiner Laufbahn reiner Techniker. Also Programmierer, viel Spaß dabei, selbst beigebracht alles. Also nicht das studiert, sondern irgendwie als 15-Jähriger süchtig nach Technik geworden. Und damals hat man ja nicht spielen können, wir hatten ja nichts. Das heißt, ich musste programmieren lernen. Ähm. Außerdem habe ich irgendwann mir vorgestellt, dass ich vielleicht auf die Art mal Raketen fernsteuern kann bei der NASA oder sonst was. Also es war so meine Einstiegsdroge. Ähm. Bin dann dadurch irgendwann zu Microsoft gekommen. Also war das, was Microsoft einen Evangelisten nennt. Bin also durch die Gegend gereist und habe technische Vorträge gehalten, habe Artikel geschrieben, Videos produziert, sowas. Und über ganz viele Umwege, die euch alle egal sein können, bin ich jetzt inzwischen bei Google. Und was ich unterwegs unter anderem gemacht habe, war, ich habe unter anderem mal ein Business-Studium gemacht. Und ich habe unter anderem angefangen, Psychologie zu studieren. Und mich im Podcasting verliebt. So diese ganzen Elemente kommen eigentlich zusammen, wenn es um das Thema Geld verdienen im Podcasten geht. Bei Google habe ich unter anderem ganz viel mit Startups zu tun. Google selber sieht sich auch von der Philosophie her als praktisch der weltgrößte Startup und definitiv der größte Startup-Erfolg, den wir diesmal auf diesem Planeten bisher produziert haben. Also mal gucken, ob Facebook das irgendwann ablöst. Aber im Augenblick ist da Google so die Erfolgsgeschichte und versucht enorm viel eben in dem Bereich zu tun. Das heißt, wir haben eine ganze Batterie von Veranstaltungen, wo wir irgendwelchen Startups helfen, Produktentwicklung zu betreiben, sich richtig zu positionieren, sich die Frage zu stellen, wie erreiche ich denn Leute? Das sind alles Fragen, die in der Podcasting-Szene auch gestellt werden, wo ich dann auch viele Analogien entdecke. Ich habe eine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Und diese persönliche Meinung ist, die Podcast-Szene ist für mich in erster Linie so ein Leuchtfeuer der Freiheit. Und das klingt total schmalzig, aber ich meine es so, wie ich sage. Es ist die totale Freiheit, sich auszudrücken, sich auszuleben, kreativ zu sein. Und ich glaube, dieses Leuchtfeuer lebt davon, dass es alle Enden des Spektrums gibt. Dass es die Möglichkeit gibt, ohne eine Einstiegsbarriere praktisch mit seinem Handy anzufangen, zu produzieren. Aber es muss auch die Möglichkeit geben, wirklich auch davon zu leben und idealerweise sogar einen professionellen Produktionsbetrieb auszudrücken aufzubauen. Weil nichts anderes braucht man, wenn man wirklich, sagen wir mal, auf Hollywood-Niveau Filme produzieren will. Und da ist es eben auch mit sehr, sehr hochwertigen Audioformaten. Und das braucht Geldmittel. Das heißt, es muss dieses Spektrum geben. So, Rückblende. Letztes Jahr. Letztes Jahr passierte irgendwann in meiner Podcast-Bubble Folgendes. Sebastian Bartoschek. Kennt ihn jeder? Ja? So? Nicht? Nein. Okay, Sebastian Bartoschek. Ich mag ihn sehr, muss ich zugeben. Ja, ich streite mich vor allen Dingen sehr gerne mit ihm. Sebastian ist jemand, der gerne polarisiert. Er gehört so in den Dunstkreis von der Hoaxilla-Truppe, Psychotalk und so mit rein. Er produziert eine ganze Reihe von Formaten. Und der hat ein Format, das ich einfach nur irgendwie als Podcast auf Droge beschreiben kann. Das heißt, der Bartokast. Und, also ich erinnere mich mal daran. Einmal habe ich den angemacht, um mal reinzuhören. Und da hat er praktisch seinen ganzen Tag seine Tastaturgeräusche und das Glockengebimmel der Kirchturmuhr aufgenommen. Manchmal redet er auch mit Leuten, das war total wild und das gehörte dazu. Der Bartokast war praktisch wie die Kokain-Dosis in der Podcast-Landschaft. Und genau besagt der Bartokast hat irgendwann mal, hat er erklärt, er hat es leid, dass für seine Arbeit in der Podcast-Szene irgendwie kein Geld fließt. Also er hat irgendwann mal versucht, so Flatter und so weiter, die ganzen Methoden nicht so gibt. Und er ist es leid, dass für Content bei uns nichts bezahlt wird und deswegen will er jetzt hier mal kundtun. An dieser Stelle, der Bartokast wird enden und auch seine anderen Formate werden oft enden und nur noch für zahlende Kunden zur Verfügung gestellt werden, außer die Community rafft sich auf und gibt ihm mal bei Patreon mindestens 120 oder was es war, Euro pro Monat. Und dann habe ich dieses Ding gelesen und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Also ich habe das gelesen und war schon sauer. Weil so ein bisschen wie so eine Erpressung hat sich das für mich angefühlt. Und ich hatte auch noch ein paar andere Gründe, wo ich mir gedacht habe, ein bisschen zielt er gerade an der Realität vorbei, weil ganz so, erstmal würde ich für den Bartokast Geld ausgeben, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber unabhängig davon hat er ja so getan, als würde er für das ganze Medium sprechen. Und dann habe ich mit ihm diskutiert. Er streitet ja gerne. Und im Prinzip klang das ja von ihm aus so, als würde ich Podcast klein machen, weil die müssten ja eigentlich was wert sein und die Hörer sind irgendwie noch nicht willig dafür zu bezahlen. So fing es mal an. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen länglichen Artikel geschrieben, der ein bisschen Aufmerksamkeit produziert hat. Und in diesem Artikel habe ich erklärt, mal mit dem, was ich weiß über Produkte, über Marketing, über unsere Podcast-Landschaft, habe ich erklärt, was sind denn die Dinge, mit denen man Geld verdienen kann bei Podcasts? Was ist denn was wert an dem Ganzen? Was gibt es für typische Sachen, die man da nehmen kann? Was gibt es für typische Geschäftsmodelle? Welche von diesen Geschäftsmodellen würden theoretisch funktionieren oder funktionieren auch praktisch? Da habe ich Beispiele gebracht für funktionierende Einkommensquellen. Und ich habe dann praktisch geendet damit, dass ich sage, es geht aber alles an den Punkt vorbei, weil eigentlich, wenn du das Podcasting aufs Geld reduzierst, hast du irgendwie den Knall nicht gehört, weil es gibt noch ein paar andere Dinge, die wertvoll am Podcasten sind, die als Rücklauf kommen, die nicht unbedingt was direkt mit Kasse kringeln zu tun haben. Daraus habe ich jetzt diesen Vortrag gegossen. Jetzt hinter mir wurde viel gebastelt, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als wenn ich ein Bild hätte. Das ist jetzt hier nur noch meine Notizsammlung. Ich würde also, wenn ihr darauf Lust habt, euch grob das auseinanderpflücken, was sind die Dinge, mit denen man Geld verdient, woran kann man denn überhaupt theoretisch Geld verdienen? Ich würde erzählen, was gibt es für inzwischen etablierte mögliche Geschäftsmodelle? Und ich glaube, die meisten kennen eigentlich fast alle. Aber zählen wir es mal auf. Das hilft ja mal zu wissen, was ist das Spektrum. Ich werde euch nichts über Click-Through-Rates erzählen und ich werde euch nichts darüber erzählen, wie viel Geld ihr von Sponsoren eintreiben könnt. Das ist mir erstens mal völlig wunderschön. Aber ich glaube auch, dass es sich ergibt, solltet ihr ein Format haben, das mit so einem Modell Geld verdienen würde, würdet ihr relativ schnell rausfinden, was denn der Betrag ist. Also da ist jetzt auch keine Magie da. Ich werde nicht reich werden mit dem, was ich euch erzähle. Also wer jetzt gehen möchte, ja. 20 Minuten gebe ich dir noch. 20 Minuten gibst du mir noch. Jetzt mal kurz in die Runde, ist das denn so okay, so von der Mischung her? Da bin ich kurz. Okay. Da war so die erste Frage, die ich mir mal so gestellt habe. Was kann man denn verkaufen? Wir können das mal gerade interaktiv machen. Vielleicht habt ihr ein paar Beispiele, was man denn so verkaufen kann an unserem Podcast. Ihr wollt, dass ich vertrage, oder? Erfahrung kann man verkaufen. Bei dem Projekt ist es ja eine Erwartung. Das ist ein Zugangsebis oder verkaufen. Ja. Ja. Werbung und Nutzerdaten. Werbung und Nutzerdaten. Zeit innerhalb der Projekte. Zeit. Also könnt ihr mal Werbung verkaufen? Ja. Also ich habe ein paar auf der Liste, aber ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich vielleicht mit den Brains hier noch etwas zusätzliches finde. Ich habe verwandte eigene Angebote. Also ich kann auf meine eigenen Sachen aufmerksam machen. Genau. Andere Produkte sozusagen positionieren. Also ich habe auf meiner Liste und die Sachen sind auch genannt worden. Also ich habe auf meiner Liste den Inhalt selber. Also den Content. Das wäre die Paywall. Das Modell, du gibst mir Geld, ich gebe dir Podcast. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das gibt es von, du musst für Teile der Inhalte zahlen bis zu, du musst für alles zahlen. Das Einzige, was euch daran hindert, ist, ihr müsst euch halt mit anderen Bezahlangeboten dann messen lassen. Das heißt, würde ich heute ein Video produzieren, darf ich das gerne machen. Ich darf das kostenlos veröffentlichen. Will ich aber jemanden dazu bringen, einen neuen Euro im Monat für meine Videos zu geben, dann sollte ich mich besser mit Netflix vergleichen können. Sonst würde es irgendwie nicht funktionieren. Das ist eben bei Audio-Inhalten genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich dann ein originelles Angebot habe, das am Markt findet, hey, dann ist das unter Umständen ein völlig faires Modell. Kann man machen. Es gibt auch die Modellvariante, wo man sagt, zusätzliche Inhalte kommen. Wenn man wird angereichert, es gibt zusätzliche Inhalte, wenn man eben was bezahlt. Dann sind wir das Zweite, was wir haben, war Kurse und dergleichen. Also es kamen irgendwie so weitere Inhalte, die irgendwie noch drin sind. Das heißt, was viele ja machen, ist ein Podcast zu einem Thema. Also sagen wir mal, ist es wahr? Ist es wahr? Ja, ist es wahr? Ja, Wahnsinn. Also ein Podcast zu einem Thema. Und der Podcast an sich ist umsonst, der ist sozusagen wie so ein Appetithäppchen, aber passend zu diesem Podcast gibt es dann eben Kurse, für die man mich buchen kann oder man kann mich als Consultant ins Haus holen oder man kann mich als Trainer irgendwie bezahlen. Und eigentlich ist dann der Podcast sozusagen der Weg, mit dem ich Werbung für mein eigentliches Einkommensmodell mache. Die Hörer verkaufen. Also du hast es eigentlich viel schöner formuliert, du hast gesagt, Zeit in meinem Podcast verkaufen. Das ist eine sehr liebevolle Formulierung. Ich würde sagen, eigentlich verkaufe ich den Zugang zu meinen Hörern. Das heißt, ich habe Leute, die ich an mich gebunden habe, die mir vertrauen, die mir regelmäßig zuhören. Und was ich zu jemand anders mache, du willst mit denen in Kontakt treten, dann gibst du mir, ich bin der Gatekeeper, gibst mir Geld. Ich arbeite bei einer Firma, die ihre Brötchen damit verdient, Werbung zu verkaufen. Ich bin aber erklärtermaßen werbekritisch. Was ich ganz angenehm immer finde, ist, dass Google sich Mühe gibt, Werbung relevant zu machen und auch möglichst in den Kontext einzubetten. Das funktioniert mal besser, mal weniger. Also mich nervt zum Beispiel YouTube Werbung zu werfen, nervt mich selber. Ich fühle mich da immer so ein bisschen gezwungen, mir was anzutun, was ich mir nicht antun möchte. Und so geht es mir bei Podcasts auch. Also ich hatte eine Diskussion mit dem Alexander Waschkau von Herr Uxilla für Potonio Magazin. Und da hat er halt gesagt, ja, also das ist ja, wenn ich für Audible Werbung mache, dann, und du hörst dir das an, du sorgst dafür, dass mein Format weiter bestehen kann, unterstützt mich. Sag ich, Bombe? Ja, klar. Deswegen höre ich mir dann auch vielleicht sogar noch an. Es ärgert mich trotzdem, weil ich deinen Podcast nicht runterlade, um mir eine Audible Werbung anzuhören. Und im Prinzip zwingst du mir das auf. Ich mache das dann, weil das anscheinend das Modell ist, mit dem du Unterstützung einsammelst. Und die generelle Aussage ist ja immer, Werbung ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ich hätte gern die Wahl. Darf ich fragen, wie viel der Nutzen jetzt für den Alex Waschkau ist? Er verkauft ja sich oder seine Hörer. Und was ist der Nutzen? Ist das offen oder ist das geheim? Wie viele da verdienen, veröffentlicht er nicht. Aber es dürfte ein paar hundert Euro sein. Da kannst du grob abschätzen, wie viele Hörer der so hat. Und das ist wahrscheinlich so ein Einzeldeal, den er mit Audible gemacht hat. Aber er ist jetzt definitiv nicht irgendwie, er ist jetzt nicht fest und flauschig. Ja, also es ist immer noch im verhältnismäßig kleinen Reichweitenbereich. Es ist auch legitim, ja. Was ist das? Was ist das, was die Hörer erzählt worden? Nein. Wird nicht veröffentlicht. Aber allein dadurch, dass die ja eigentlich eine Radiosendung waren, haben die wesentlich mehr. Also ich habe eine Verwandtschaft, der im Radio arbeitet. Und er hat gemeint, der hat um 5 Uhr früh im Morgenradio 70.000 Hörer. Also wenn du sagst, er redet von, also nicht Hauptzeit, sondern eher so bevor die Leute eigentlich aufstehen, so zwischen 4 und 5, da hat er 70.000 Hörer. Und danach, die redet er dann noch nicht von den Primetime-Sendungen. Also entsprechend ist es ein Unterschied. Aber es ist auch eine andere Qualität, da kommen wir dann nachher nochmal zu. Was nämlich das Fiese ist, oder fies, der Zugang zu den Hörern ist trotzdem interessant, weil sich Hörer an den Podcaster binden. Jemand, der mir zuhört, der hört mir freiwillig zu. Der schenkt mir seine Zeit, weil er mir zuhören möchte. Und der ist aktiver und vielfaches aktiver dabei, als es ein Radiohörer typischerweise ist. Das heißt, der nimmt das wahrscheinlich etwas verstärkt wahr. Was auch so der Grund ist, warum manche von diesen Werbungen auch beliebt sind. Sich selbst haben wir so ein bisschen schon angebracht, wenn ich Consultendienstleistungen anbiete oder sage, hey ihr könnt mich buchen, dann bringe ich mich selber an und dann hätte ich noch einen fünften, der mir bis jetzt noch nie als Beispiel genannt wurde, den ich immer mit aufhöre, das Podcast als Kulturgut. Also du kannst dich wahrscheinlich für Förderungen bewerben irgendwo. Du kannst für eine Uni machen oder sowas wie, was Tim zum Beispiel macht mit der Sternenzeit oder wie es heißt, oder was für das Paralletarium Zeiss arbeitet so ein bisschen. Solche Sachen kann man durchaus machen. Auch eine Einkommensquelle, die man nutzen kann. Da halt immer diese Geschichte, dass ich ausschnitt, dass mein Podcast als Radiosendung in dem öffentlich-werklichen Rundfunk verkaufen kann. Das würde dann auch noch eigentlich mit einem Text sein. Ja. Und du kannst, vor allen Dingen kannst du ja sagen, du hast dir aber noch Zeit gespart. Also bei dir macht ja die Doppelnutzung so die Magie aus. Ja, du produzierst den Podcast und dadurch hast du dir eigentlich auch schon mal Inhalte produziert, die du in einem Radioformat unterbringen kannst. Bei dir ist es Quellensammlung, Zweitverwertung. Ja, klar. Da ist aber dein Einkommen eigentlich nicht durch den Podcast erzielt, sondern dein Einkommen wird durch deine Radioarbeit erzielt und du hast es halt geschafft, deine Radioarbeit in dem Podcast übereinander zu legen. Ein anderes Beispiel, ich mache einen internen Podcast bei Google für mein Team. Das heißt, ich nehme einmal die Woche einen Podcast auf, den ich Ihnen allen schicke, der verlässt nie das Unternehmen, der ist immer intern. Das könnte man natürlich sagen, da dürfte du was dafür bezahlt, für uns einen Podcast zu machen. Ja, also wenn ich es so sehen will, auch irgendwie. Ich würde sagen, so ein Grenzfall, der ist schon weit draußen in der Grenze. Die zweite Frage ist halt, wo ist denn mein Kunde? Also jetzt angenommen, wir haben ein Produkt und in der Startup-Welt nennt man das Product-Market-Fit, wenn man ein Produkt gebaut hat, was einen Markt bedient. Also es ist nämlich so, dass es unglaublich viele Leute mit Ideen gibt. Es gibt auch unglaublich viele Leute, die anfangen, irgendein Produkt zu bauen und die meisten Startups, die scheitern, scheitern nicht daran, dass sie kein Produkt hätten oder keine gute Idee, sondern dass sie den Markt nicht finden. Das heißt, sie haben was gebaut, was keiner anfragt. Und das ist bei Podcasts auch so. Jetzt ist es natürlich kein Problem, wenn wir sagen, wir bedienen einfach mal in Zweifel unseren Freundeskreis in ein bisschen Erweiterung. Es sind halt ein paar hundert Leute, egal. Aber wenn wir darauf angewiesen sind, dass wir damit natürlich irgendwie Geld reinbringen, wird es schwierig. Und dann ist die Frage, wo finden wir denn diesen Kunden? Und das ist dann eigentlich eine klassische Marketing-Aufgabe. Also wie bewirbt man das? Wie adressiert man das? Für wen macht man das eigentlich? Und jetzt angenommen, wir sagen, wir verkaufen den Inhalt unseres Podcasts, dann ist der Kunde ganz automatisch jemand, der sich für diesen Inhalt interessiert. Wenn ich also einen Podcast zum Thema schulische Bildung produziere, dann sind die Lehrer meine Kunden. Wenn ich einen Podcast zum Thema Elektroinstallation mache, dann sind die Elektroinstallateure meine Kunden. Und diese Beziehung machen wir ja normalerweise gar nicht auch. Wir produzieren einen Inhalt und dann schauen wir mal, wer sich findet, den es interessiert. Würde ich für Geld produzieren? Wäre das aber die Kernfragestellung. Wer sind meine Kunden? Wie viel gibt es von denen? Weil dann könnte ich ein bisschen Forschung betreiben. Ich könnte sozusagen sagen, wie viele Kunden finde ich denn da draußen? Wo erreiche ich denn die? Gibt es ein Fachblatt, in dem ich Werbung machen kann? Das sind dann alles so Fragen, die sich dann stellen. So, dann sind wir ein bisschen bei den Modellen, die schon funktionieren. In den USA. Ja, das typische Modell, was wir in den USA finden und das, was uns irgendwie sichtbar wird, ist das Sponsorship-Modell. Das heißt, ihr schaltet das Ding ein und dann erzählen wir euch ja, der heutige Sponsor ist Casper-Matratzen, Stamps.com, ich weiß gar nicht, warum die Leute eigentlich glauben, dass Briefmarken so ein toller Markt sind, wenn man da Podcasts für ihn hernimmt. Oder Audible eben. Wobei ich auch noch die Frage stellen würde, ob Audible-Werbung nicht so ein bisschen sägen am eigenen Ast ist, wenn man als Podcaster Audible-Werbung macht. Wo man ja anscheinend gerade mal tendenziell eher sich gefragt hat, ob das jetzt die richtige Einschätzung wäre. Oder warum hast du gerade mich so überrascht angeschaut, Herr Bodingbauer? Stamps.com war die Überraschung, weil da gibt es einen Podcast, How Things Work, und da lesen sich, da reden die Typen die zwei ganz normalen miteinander und plötzlich sind sie in einem Vorlesemodus, wo man eindeutig hört, sie lesen vor, und die hat gerade, ist ja eben Stamps.geschichte vorgelesen. How easy it is to, und so. Das war ja nicht vorab, sondern währenddessen, aber deklariert durch die Art dieses Vorlesens ist, dass es Werbung ist. Und die dürfen offensichtlich die Stamps irgendwie versuchen, dort irgendwie ein Video zu brauchen. Ja, ja. Haben die auch so ein Audio-Logo davor und Kapitelmarken wie bei ATP? Weil da finde ich es eigentlich so, dass der Deal noch so für mich jetzt erträglich, wo ich höre halt diese, ah, jetzt kommt Werbung und ich habe Kapitelmarken und dann kommt wieder Casper, ist die beste Matratze der Welt, und dann drückst du halt da durch und dann, wo ich sage, das ist sehr subjektiv für mich erträglicher als bei Hoaxilla mit dieser Enthusiasmus vorgetragenen. Ah, Audible, super! Und es wurde gespannt, und ich habe gesagt, ja, und dann hört es aber nicht auf, es geht nicht weg. Also ich habe gesagt, dieser Podcast wurde unterstützt von Audible, vielen Dank, super, weiter, aber dann, ey, super, Audible, da gibt es Bücher. Wobei man so, ah, echt. Ich triebe am Abend, das total merkt, ob das jetzt sozusagen passiert ist, was er selber begeistert ist davon, wie jetzt Squarespace oder so, was er selber verwendet, oder Linode und die Sachen, die spricht ja ganz anders, als wie jetzt an eben Steps.com oder Aber die Steps.com, diese Geschichte, die ist absichtlich, glaube ich, von denen … 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 US-Bereich übrigens auch recht offen, die kann man nachlesen. Unter 5000 Abrufen brauchst du überhaupt nicht anfangen, mit denen zu reden und dann sind es so ein paar Kröten, die du verdienst. Eigentlich brauchst du, du brauchst irgendwie im fünfstelligen Bereich Abrufzahlen, damit es anfängt, sich zu tragen. Und dann ist es halt, dann tust du deinen Hörern diese Werbung an und dann gibt es zwei Fälle. Der eine Fall ist, du nimmst einfach den vorgefertigten Spot, den die dir auch nahe legen. In dem Fall gibt es ein bisschen weniger Geld und es ist auch weniger Leute, die auf diese Route aufspringen und folgen. Aber der effektivere Weg und der, der wird dir dann nahegelegt und den bezahlen sie dir auch, indem es ein bisschen besser belöhnt wird zum Teil, ist, wenn du es so machst wie die Popsillas, wenn du sozusagen die Werbung in deinen Content einbaust. Da hat dann einmal der Podcaster natürlich das Gefühl, ich tue eigentlich meiner Hörerschaft was Gutes, weil ich mag ja Audible selber. Also erzähle ich ihnen mal, was ich an Audible gut finde. Es ist auch ethisch einwandfrei, weil es wissen alle, okay, nimm ein bisschen Geld dafür, das Product Placement. Gerade bei den Amis ist es nicht ethisch einwandfrei. Also wir machen das immer sehr vorsichtig in Deutschland. Wir sind da empfindlich auf dem Fuß. Es gibt amerikanische Podcasts, wo du dir zwischen dir die Frage stellen, ist das jetzt Produkt Placement gerade oder hast du mir eigentlich gerade deinen Inhalt vermittelt? Also da kenne ich auch so ein paar Beispiele, wo das sehr fließend ineinander übergeht. Und das Extrem davon ist sowas wie Gimlet Media, die praktisch eigene kleine Mini-Einschübe produzieren, wo sie dann zu Stems.com fahren und die interviewen oder was weiß ich, wo man dann darüber reden kann, ob das nicht irgendwie dann schon fast wieder nett ist. Aber es gibt so dieses Spektrum. Für uns in Deutschland gibt es wahrscheinlich einen einstelligen Prozentansatz von Podcasts, die groß genug sind, um mit solchen Platzierungen ernsthaft Geld zu verdienen. Alle anderen sorgen zwar für die Verbreitung dieser Werbung, aber es lohnt sich nicht wirklich. Und wenn du gerade gesagt hast, so diese fünfstelligen Abrufzahlen, vorher braucht man da nicht drüber reden. Ist das jetzt, soll ich sagen, für so generelle Podcasts, die über alles Mögliche reden? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du einen sehr nischigen Podcast hast und du hast da 500 Zuhörer, die aber genau im Thema sind, also quasi eine mega fokussive Zielgruppe, ist das nicht schon interessant? Ja, ich rede gerade über diese Werbemodelle, aber was du ansprichst, ist auch, glaube ich, sehr passend. Kleine Unterscheidung, die ist nicht immer ganz leicht zu treffen, aber es gibt so Sponsorenmodell und Werbemodell. Werbemodell ist praktisch, ich habe so und so viele tausend Leute und ich verkaufe diesen Werbeplatz. Das heißt, ich verkaufe an Audible diese tausend Hörer erreicht. Das ist quasi wie so eine Beilagenwahl in der Zeitung. Genau. Sponsorenmodell ist, ich habe einen Modellbau-Podcast und der Modellbauhersteller möchte Modellbau-interessiert erreichen und sponsert mich. Und da ist es dann eine Einzelverhandlungssache. Da kann es durchaus für den interessant sein und für dich interessant sein, das entsprechend auszuhandeln. Und da macht es dann einen Unterschied, weil da ist dann oft die Fähigkeit, wirklich die Leute zu erreichen, ist denen durchaus manchmal mehr Geld wert. Da gibt es bei meinen Beil-Podcasts eine Kiste, die kann man kaufen für 3000 Euro und da kann man die Varroa behandeln. Und die ist echt gut. Was kann man da behandeln? Varroa. Das ist eine Miepe, die alle Imker weltweit zum Wahnsinn. Und das funktioniert, das Konzept, der Typ ist gut, die Kiste kostet 3000 Euro und dann fährt alles. Der macht viel Marketing und würde mir extrem sicher sofort Geld geben, dass wir das versprechen. Wenn ich das mache, bin ich einfach weg von meinem Image, also in dieser Inker-Szene, die ich immer erarbeitet habe, weil eben kein Geld aus der Inker-Szene drinnen steckt, von solchen Typen. Obwohl es eigentlich stimmig und schlüssig wäre. Und jetzt habe ich mit dem Erfolge aufgenommen, auf freiwilliger Basis, ohne Geld, wo wir über diese Kiste reden. Ich sage zwischendurch, dass ich sie selbst habe und ich kriege kein Geld und es ist immer, und das sage ich auch dazu, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, habe ich damit jetzt auf viel verzichtet oder war das eigentlich die einzige Möglichkeit, die Glaubwürdigkeit zu erhalten? Geld hätte ich gekriegt, aber vielleicht nur einmal. Das ist halt jetzt die interessante Frage. Wir kommen nachher noch dazu, was denn der Mehrwert von dem Podcast insgesamt sind und du fasst genau darauf. Wenn du den Podcast machst, um damit ein Auskommen zu haben, dann muss ich dir jetzt sagen, warst du ganz schön trottelig und solltest wahrscheinlich Geld nehmen. Aber ich unterstelle mal, dass du den Podcast aus ganz vielen Gründen machst und vielleicht mal Geld damit zu verdienen ist einer, aber nicht der treibende. Oder ist einer von mehreren Motivationen, die da drin sind, stecken? Und da stelle ich dir da was passendes? Nein, nein, absolut nicht. Und ich denke, diese Tim Brickler von Holger, die haben sich ihren Ruf erarbeitet, in harter, kostenlose Arbeit und die dürfen jetzt eben vom Planetarium bezahlt werden. Und ich weiß, sie sind immer noch untadelig in ihrer Haltung. Das ist dann, finde ich, da geht es wieder. Aber doch, das finde ich nicht. Also ich wäre weg. Das ist jetzt spannend übrigens. Wir hatten vorhin diese Inhalte, was kann man verkaufen? Was verkauft denn Tim und Holger? Für Expertise. Ich glaube, die Geld. Das kommt auf den Punkt. Wir werben ja nichts. Wir werden ja nichts. Podcasts zu machen. Das sind ja Auftragsproduktionen. Ja. Also die haben eine Mischung. Also was die verkaufen ist, die verkaufen, die erarbeiten sich über Podcasts einen Brand und den benutzen sie, um Angebote zu verkaufen. Das Produkt, das sie verkaufen, ist einmal, wenn sie eine Auftragsproduktion machen, wie Holger für Audible oder Resonator und so weiter. Also wenn sie dann, wenn die dann so eine Produktion machen, haben sie im Endeffekt sozusagen einen Zahltag. Die haben vorher den Brand aufgebaut und da werden sie dann beauftragt, für dafür fließt auch Geld. Das andere ist ja Crowdsourcing. Also im Prinzip die Hörerzahlen freiwillig werfen in den Klingelbeutel. Flatter, Patreon sind diese Modelle. Was man da verkauft, das ist sozusagen das niederschwellige Ende von dem Inhalt verkaufen. Eigentlich sich für den Inhalt bezahlen. Und das gibt es eben in, der Inhalt ist eigentlich frei und du kannst mir freiwillig was geben oder zu kein Geld, kein Inhalt. Also da, das ist so dieser Spektrum. Das Spannende bei Flatter und Patreon ist, das funktioniert auf Masse. Und eigentlich auch da, derselbe 1% Anteil Podcaster in Deutschland, die mit Werbung Geld verdienen können, sind auch derselbe 1% Podcaster Anteil, die theoretisch mit sowas wie Crowdsourcing Geld verdienen könnten. Weil es einfach genug gibt. Und dann auch kleine Beträge irgendwo sich niederschlagen. Und das ist auch meiner Meinung nach ein in seiner Schönheit kaum zu übertreffen das Modell. Aber es ist auch ein Modell, was nur sehr, sehr selten für ganz, ganz wenig Leute wirklich funktioniert. Aber es geht entweder oder. Sie können nicht beides verdienen. Also da gibt es Platter und Platter und Werbung schalten. Genau. Und die beiden machen es ja ein... Sobald du anfängst, Werbung zu schalten, würde deine Hörerschaft sagen, Moment mal, ich habe durch diesen Werbespot durchgelitten, warum soll ich denn dir noch flattern? Würde ich es sofort machen, genau. Hast du über dieses Thema mit dem Waschgau gesprochen? Entschuldigung, weil das ist so... Ist das jetzt besser für ihn? Weil das wäre jetzt so aus der Praxis das Beispiel, wo das ja passiert ist, wenn ich nicht recht erinnere. Also ich glaube, Alex fährt auch eine Mischkalkulation. Also der nimmt halt das, was ihm freiwillig als Flatter gegeben wird, nimmt er mit. Er hat Patreon. Er hat eigentlich alles. Er hat Flatter, er hat Patreon, er hat ein Buch veröffentlicht. Er schaltet Werbung. Er versucht Seitenproduktionen an Land zu ziehen. Also die Hoaxillers machen das ganze Spektrum. Und in der Diskussion, die ich mit ihm hatte, die kann man auch nachhören, also ich... Liegt irgendwo, packe ich noch mit rein. Das ist vielleicht mal ganz, ganz spaßig, sich das anzuhören. In der Diskussion hat er gesagt, eigentlich sieht er das als Branding. Er erarbeitet sich einen Brand mit seinem Podcast. Also sozusagen, er wird bekannt für bestimmte Themen und dadurch ergeben sich dann für ihn geschäftlich Möglichkeiten. Ja. Was hier ganz praktisch ist, weil er gleichzeitig immer darauf insistieren kann, dass Hoaxillers kostenlos ist und bleibt. Ja. Und unabhängig ist und bleibt. Also diese Unabhängigkeit ist ja ein Wert, der ja eigentlich gut ist. Ja, das behaupten aber die Privatsender im Fernsehen auch immer. Ja, die sind ja unabhängig und blau, die machen Werbung, deswegen ist das alles kostenlos. Ja, das ist so ein bisschen... Das kommt durch die Hintertür. Die Frage ist, also warum geben sich Radiostationen einen ethischen Regelwerk? Warum gibt es sowas wie den NPR Code of Conduct? Warum gibt es sowas, sicherlich auch, ich weiß nicht, wie es beim Bayerischen Rundfunk oder Österreichischen oder sonst wo ist, aber ich habe das immer so wahrgenommen, dass gerade Radios auch dazu neigen, sich ein Code of Conduct zu geben, in dem drinsteht, welche Art von Interviews sind okay, wann ist die Grenze überschritten, welche Art von Inhalt ist okay, wo ist der okay? Ja, Stichwort Reisesendung, da kommt jetzt bei den Zeitungen in den letzten Jahren auf, diese Reise wurde bezahlt von Hanseatik, wenn es um mir in der Kreuzfahrt geht. Ich möchte gerne wissen, ob das beim Radio auch schon ist und ich befürchte nicht. Nein, also im Fernsehen auch, wenn du guckst, so gerade Automobilberichterstattung, die werden so dermaßen vollgemüllt mit Geschenken und super Hotels, also er und dann schreibt, ich meine der Einzige, der es gesagt hat, bei Clarkson, der gesagt hat, hey, wenn ich eine Karre brauche, rufe ich an, sage ich für den Urlaub fahren, stellt mir mal eine Karre hin und wenn der Aschenbecher voll ist, sage ich, mach den Aschenbecher leer. Er hat das mal disclosed, weil er halt diese Stellung hat, aber das ist ja überall so und das merkt man an der Berichterstattung. Man merkt es schwierig, ich habe gehört, merkt es an der Berichterstattung schon, aber lange Zeit auch nicht. Ja, wie eben. Die interessante Frage ist ja auch, gute Frage. Die interessante Frage ist halt da, es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Abwehrung, die Frage war ja, schadet es mir oder nützt es mir und ich glaube, geht so ein bisschen auf die Breite und was die Hochschilders sehr, sehr gut machen, ist, sie sind sehr transparent, also sie sagen ja jedem, was sie wann, wo sie tun und deswegen wird es ihnen auch nicht übel genommen. Aber ich glaube, so etwas, wenn du das verdeckt machst, wird es dir irgendwann übel genommen. Eine Form übrigens, Hörer zu nutzen zur Geldgewinnung sind auch noch natürlich Affiliates und auch die gibt es in freiwillig und in nicht so freiwillig. Freiwillig ist, du sagst es und bietest den Link irgendwie an und sagst, wenn er mich unterstützen will, mach doch nächsten Amazon-Einkauf, in dem über folgenden Link geht, nicht so freiwillig ist, wenn du deine Shownotes damit spickst und einfach darauf baust, dass es möglichst viele Leute gibt, die dem Ding dann folgen. Oder wenn ein ganzer Podcast eigentlich darauf abzielt, möglichst Leute auf Produkte hinzuweisen. Kann man machen, aber ist halt, also muss jeder selber wissen. Was dann die Business-Podcaster da draußen machen und zwar fast alle, die es so gibt, also es gibt ja diese Szene vom Podcast, die einem irgendwie Lebensratschläge geben. So wirst du produktiver, so wirst du unabhängig von deinem Arbeitgeber, so wirst du reich, indem du folgende Dinge, werde wie Tim Ferriss, also ich könnte endlos weitermachen. Die sind ziemlich direkt, in direkter Nachbarschaft neben der, werde glücklich in deinem Leben, Hirntod durch Meditation oder dass du das bemerkst, Szene. Ja, also die gibt es so, die sind so nebeneinander. Also die Coaching, die Training und die Business-Podcaster-Szene. Und die folgen einem Modell, das ist so alt wie Sales und Marketing. Und zwar bauen die einen sogenannten Funnel auf. Der Funnel funktioniert wie folgt. Du brauchst oben einen Einfangtrichter, in den möglichst viele Leute reinpassen. Also je breiter dein Thema, desto besser. Je mehr Leute in diesen ersten Einstieg reingehen, der muss so niederschwellig und einfach sein, wie nur gerade möglich, desto besser. Und deswegen nehmen die Themen, die irgendwie jeden vielleicht interessieren. Also werte glücklich im Leben. Ja, das wird jetzt nämlich nicht so. Aber ansonsten fast Leben. Und du kannst, wenn du durch iTunes durchgehst und dir überlegst, in welchen Themenfeldern werden sich die finden, da sind die. Also diese wirklich großen Breiten, wo jeder was ist, geführt hat, was dazu zu sagen. Und er könnte auch mal einen Ratschlag brauchen, weil übrigens, ich denke, mein Chef ist ein Idiot und ich bin unglücklich in meinem Job, hätte ich doch mal lieber Sportgymnastik studiert statt Informatik. Wenn du dich an dieser Stelle in deinem Leben schon mal befunden hast, dann bist du wahrscheinlich Kunde für so einen Podcast. Mit anderen Berufsgruppen vielleicht, aber da war jeder schon mal da. Dann bist du in diesem Funnel, was sie dir da drin erzählen, sind eigentlich ein bisschen so Sachen, die ihnen halt begegnen. Da ist sicherlich auch manchmal was Gutes dabei, aber es sind im Endeffekt recht niederschwellig, wenig vorbereitete Sachen. Entweder das. Und die etwas Besseren machen sich die Mühe, Interviews zu führen. Was aber ehrlich gesagt, wenn man darüber nachdenkt, wenn du da erstmal Routine hast, auch eigentlich relativ einfach ist. Weil erst einmal machen die Interviews mit ihrer eigenen Szene und dann stellen sie denen auch immer dieselben Fragen. Das heißt, die haben so einen Katalog von fünf, sechs Fragen und die interviewen halt dann immer die Leute. Und das Interessante dann für die Hörer ist, dass es immer eine andere Person ist. Die ist auch vielleicht manchmal interessant. Aber gute Interviewtechnik ist ja, ich lasse mich auf jemanden ein und unterhalte mich mit dem über seine Themen. Und ich versuche, das Gespräch passend zu dieser Person irgendwie vorzubereiten. Und dann auch Fragen zu stellen, die mein Publikum vielleicht gezielt interessieren können. Aber bei denen geht es halt darum, eine Masse rauszuwerfen. Weil die Rechnung ganz einfach geht. Je öfter ich Inhalt und je regelmäßiger ich Inhalt produziere, der viele Leute adressiert, desto wahrscheinlicher, dass sowas bei iTunes in New and Noteworthy landet, dass es irgendwo weiter verlinkt wird. Also möglichst eben viele Leute anziehen. Erste Stufe. Und das ist in Funnel nennt man das Awareness. Das nächste ist, die Leute, die da drin sind, die wollen wir ja irgendwie nicht einfach nur angehen. Wir wollen gerne, dass sie irgendwas machen. Die, die interessiert daran sind, was zu machen, die sollen mal die Hand heben. Weil erstmal die, die in dem Fall sind, sind mir erstmal egal. Die hören zu. Je mehr, desto besser. Aber was dann passiert ist, Einzelne da drin wollen mehr. Und das legt man ihnen nahe. Indem man sagt, hey, geh doch mal auf meine Webseite. Hast du denn schon gesehen, ich habe ein E-Book gemacht? Kannst du da kostenlos runterladen? Oder hast du schon gesehen, da gibt es dieses Video, das ich produziert habe? Oder da gibt es noch einen Blogpost? Der einzige Zweck dahinter ist, dass du auf die Seite gehst und ihnen nicht das E-Book abnimmst, sondern ihnen sagst, ich bin interessiert. Und das sagst du ihnen, indem du dich in ihren Newsletter einschreibst. Heißt, das E-Book gibt es in Tausch gegen die E-Mail-Adresse. Und was sie dann wissen ist, nämlich, du machst schon mal gewillt, etwas zu tun. Das Interessante ist, das macht Facebook übrigens ganz genauso. Bei denen ist es nur der Moment, in dem du halt irgendwo mal was klickst, ist für die dieser Moment, in dem du dich outest, als das interessiert mich. Und das macht halt so ein Funnel halt dann zum Beispiel in den Newsletter. Nächste Stufe. Du hast dir denen deine E-Mail-Adresse gegeben, dann fangen sie an, dir einmal im Monat eine E-Mail zu schreiben. Und in dieser E-Mail ist ein bisschen Text drin und da sind dann Affiliate-Links mit drin. Und da sind Hinweise auf die Episoden, die sie sonst noch so haben, mit drin. Und übrigens auch noch Hinweise für das natürlich völlig kostenlose Webinar zu dem Thema, für das du dich ja eh interessierst. Bei diesem Webinar erzählen sie dir dann, was du tun musst, wie furchtbar es dir eigentlich im Moment gerade geht, wie toll es dir aber gehen könnte. Und alles, was du tun musst, ist eigentlich nur, dich bei ihrem total großartigen Training anzumelden. Und das ist auch gerade zum Schnäppchenpreis. Das kostet normalerweise 900 Euro, aber gerade weil es heute sowieso im super Angebot ist, kostet es diesmal nur 300 Euro. Und man nennt es deswegen Funnel. Es gibt ganz viele, die sich irgendwie für diese Inhalte interessieren, die aber sich nie auf der Webseite irgendwie registrieren werden. Von denen gibt es ein paar, das nennt man dann Conversion Rate. Es gibt ein paar, einen Prozentsatz, den kannst du dann festmachen, die dann auf die Webseite gehen, sich diesen Download gönnen und dabei eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Die kannst du dann anschreiben und davon gibt es ein paar, die dann auf diese Anstreben reagieren, entweder auf einen Affiliate-Link klicken, verliegen Geld in der Kasse oder sich für ein Training anmelden. Und von denen gibt es dann wiederum ein paar, die wirklich blöd genug sind, 340 Euro für billig Online-Content zu produzieren. Und die bauen einmal diesen Funnel auf und konzentrieren sich ab da auf zwei Dinge. Die konzentrieren sich darauf, dass das da oben möglichst schmerzfrei weiter produziert wird. Die machen es zum Teil auch sogar gerne. Also ich glaube schon, dass die auch wirklich gerne ihre Podcasts irgendwie machen, aber die versuchen das halt möglichst schmerzfrei zu machen. Deswegen immer dieselben Fragen, immer möglichst automatisieren dann viel. Ja, die bezahlen dann jemanden dafür, der die Interviews organisiert und jemand anders dafür, der das auf der Webseite einpflegt. Und dann konzentrieren die sich, diese Rate hier zu optimieren. Das heißt, die testen dann auch mal. Die nehmen dann zum Beispiel die ganzen E-Mail-Adressen und sagen, wenn ich jetzt denen, die sich vormittags angemeldet haben, das schicke und denen, die sich nachher sagen, das schicke, wo wird denn mehr geklickt? Oder wenn ich um die Uhrzeit rausschicke oder um jene Uhrzeit? Also die testen das aus, bis ich diesen Prozentsatz gerade richtig hinbekommen habe. Und da ist das wie eine geölte Maschine, wo oben Leute reinfallen und unten Geld rausfällt. Und das funktioniert nur für Massenthemen und es ist nur, es funktioniert eigentlich auch so, funktioniert es nur, wenn man relativ den Aufwand gering hält. Weswegen die Qualität von denen eigentlich eher so mäh ist. Und Massenthemen ist jetzt wirklich so ganz... Könnte Sex sein oder... Also könnte es eigentlich alles nehmen, je mehr Leute sich angebrochen, desto besser. Es ist so wohl für Fußball. Und diesen Funnel, ich erkläre euch den deswegen, weil dieser Funnel würde theoretisch für alles funktionieren. Wenn man allerdings, man sollte nicht unbedingt immer versuchen, Geld zu verdienen damit, sondern ich würde zum Beispiel so ein Funnel unglaublich gerne aufbauen, und Leute fürs Podcasting zu begeistern. Du hast da oben ein interessantes Einstiegsformat, das einfach mal Rose über Themen redet, die so in der Podcast, die vielleicht Podcast-anschlussfähig wären. Keine Ahnung, da müssen wir halt mal schauen, was es denn so wäre. Und dann könnte man sagen, hey, und die, die sich wirklich einbringen wollen, die weisen wir mal auf Sendegate hin und bringen die dazu, sich anzumelden. Die, die sich angemeldet haben, den bieten wir dann auf Sendegate mal an, hey, hier kostenlos war ein Training, wenn du wirklich starten willst. So ein bisschen machen wir das. Diese ganzen Elemente gibt es, die könnte man eben schön verzahnen, sodass es auch diesen Funnel ergibt. Nur, dass dann in unserem Fall da unten kein Geld rausfällt, sondern ein schönes, wirklich gut produziertes Podcast-Format. Also an dem Funnel an sich ist jetzt mal nichts Ehrenrüchiges dran. Nur das ist das Modell, das im Moment alle sogenannten Erfolgs-Reichtums-Podcaster fahren. Also wenn man gerade die wirklich viel Geld schiebenden Podcasts anschaut, die machen zwei Dinge. Die einen haben schon eine bestehende Follower-Schaft gehabt und die machen dann Werbung und die anderen, die machen so einen Funnel. Und da gibt es, in den USA gibt es den Jean-Li Dumas, der nimmt für die Mitgliedschaft, diese Jahresmitgliedschaft bei den, wie heißen die, ich weiß es nicht mehr, so einem Podcast-Verein dann, ja, da haben sie dann eben auch noch eine Community dran. Der nimmt über 1000 Dollar für die Jahresmitgliedschaft. Und bei uns in Deutschland gibt es gleich mehrere. Da gibt es einen Tom Kaulis und da gibt es irgendwie so einen Matthew, weiß nicht wie er heißt, der mir momentan war. Genau, Mockridge. Die machen auch genau das. Das heißt, die haben irgendwie schon eine bestehende Fangemeinde, die sie penetrieren, denen schicken sie Werbung und mit dem Ziel, ach komm doch mal vorbei und lass mal irgendwann Geld. Bei denen sind das dann so in der 350, 500, in der Range kostet das. Und ich meine, wenn du dir überlegst, wenn du nur, wenn du so einen Funnel aufbaust und nur drei Leute geben dir 500 Euro, dann hast du schon mal Geld. Ich finde, es würde es mir aussagen, diese Radiomaria-Geschichten ein bisschen anzuschauen, weil das ist nämlich ja völlig, noch einmal eine andere Ebene, eine kulturelle, da ist die Seele noch dabei, aber das spricht völlig andere Menschen an, die nicht technikaffin sind, die aber sicher mit Spendengelegen so viel Kohle schieben, dass es zum Schreien ist. Und völlig von unserer Seite her nicht einsehbares Community-Denkung ist. Oh, ich habe es abgesteckt, oder wie? Ja, ich habe, glaube ich, gerade das Kabel rausgezogen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss jetzt eh zum Ende kommen, so langsam. Das kann auch nur mit diesem Dichter funktionieren. Also, das ist jetzt mal die Sache. Wenn ihr ernst machen wollt mit, ich hätte gerne Geld verdient mit meinem, ich hätte gerne Geld verdient mit meinem Podcast. Dann gibt es zwei Dinge, die ich gerne mitgeben wollte. Das eine ist ein Gefühl dafür, was notwendig ist, um über diese Schwelle zu kommen, dass man Geld verdient. Weil wir bekommen schon sehr, sehr viel. Wir werden schon bezahlt. Das ist auch der Teil, der mich bei der Diskussion mit Sebastian so ein bisschen angetriggert hat. Als er eben gesagt hat, ihr müsst doch mal bereit sein, mir Geld zu geben, ansonsten gehe ich hinter eine Paywall. Was ich dann als Hörer in dem Moment unfair fand, war er gesagt, eigentlich bezahlen wir dich schon. Wir bezahlen dich nämlich mit unserer Aufmerksamkeit. Und jetzt nehme ich mal, ich setze mal meinen Firmen Corporation, ich weiß, wie Marketing und Outreach in großen Firmen funktioniert, Hut auf. Und ich sage euch, wenn man Marketing-Zuständiger bei einem großen Unternehmen, nimm dir deinen Favoriten ist, dann ist man bereit, für jeden Einzelnen, der sich mal einmal eine Stunde hinsetzt, um dir zuzuhören, viel Geld zu bezahlen. Das sind Tausende von Euro, die ausgegeben werden, um Konferenzen zu organisieren, damit Leute sich hinsetzen und einmal eine Stunde zu hören. Und da rede ich nicht von Leuten, die wiederkommen. Und ich rede nicht von Leuten, die einem treu sind und einem Feedback geben und so weiter. Das heißt, eigentlich jeder Podcast-Hörer investiert schon. Der hat sich nämlich aktiv für dieses Format entschieden, er hat es registriert, er folgt ihm, er gibt Feedback unter Umständen, er folgt auch Vorschlägen und so weiter. Es ist eine Gruppe von Leuten, die man als Kapital auch sehen kann. Und man sagt, das ist meine Community, die auch Dinge tut und die macht sie freiwillig. Das heißt, eigentlich jeder Hörer bezahlt mich gewissermaßen schon. Wenn ich dann sage, das, was ich produziere, ist eigentlich noch mehr wert als das, es müsste auch noch Bargeld obendrauf wert sein, ja, dann muss ich konkurrenzfähig sein in diesem Punkt. Dann muss ich was liefern, was wirklich über das hinausgeht, was ja eigentlich schon eine Menge ist. Und das heißt, wenn ich meinen Inhalt verkaufen muss, dann musst du entweder verdammt originell oder auf dem Standard sein von anderen vergleichbaren, kostenlosen Angeboten. Wenn ich Hörer verkaufen will, dann müssen das Tausende sein, dann dürfen das nicht ein paar Hunderter sein. Und wenn ich Sponsoren suchen will, ja, dann habe ich eigentlich auch ein sehr hochwertiges Format, weil ich es nämlich geschafft habe, ein Format zu machen, was wirklich sehr, sehr vertraut ist, was dem viele Leute folgen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch sehr vorsichtig sein, wenn ich so eine Sponsoren-Chip anworte. Nehmen wir mal dein Bienen-Format. Du würdest wahrscheinlich so einen Sponsor nicht einfach blind reinnehmen, sondern du würdest wahrscheinlich deinen Hörern erklären, wer das ist und warum. Und dann wird es ihnen auch die Möglichkeit geben, Feedback zu geben oder was auch immer. Ja, aber du würdest da wahrscheinlich, um dein Format nicht kaputt zu machen, nicht einfach platt anfangen, Werbung in dem Ding zu machen. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass dieses Pendel stimmt. Deswegen auch dieses Bild. Wenn ich nämlich einen Podcast rausbringe, der jetzt schon mal angehört wird und wenn ich sage, der kostet Geld, dann werden mir Leute abspringen. Das heißt, ich muss hier mehrwert wieder drauflegen, damit das wieder Leute interessiert oder damit Leute vielleicht sogar dazukommen. Und dieses Pendel sollte stimmen und da brauche ich eben alle diese Elemente, all diesen Wert, dass mein persönlicher Brand gestärkt wird, dass Feedback kommt, dass ich mich entwickle dabei, während ich das mache und so weiter. Direkt eine Frage, aus höherer Sicht gebe ich Aufmerksamkeit. Das ist das, was ich bezahle. Ich kriege dafür einerseits eine gute Zeit, also ich habe Spaß zuzuhören oder ich kriege dafür Informationen, die mich anderswo weiterbringen. So, ich kriege eh schon alles. Das heißt, jede Änderung des Systems wird mich nur irritieren. Genau. Wenn ich jetzt plötzlich Geld von dir will, dann muss ich noch irgendwas dazu machen. Nur, dass es wieder etwas vorenthalten, was mich hingreifen lässt. Und ich, wie ich gesagt habe, ich bin eigentlich Fan von diesen freiwilligen Modellen. Es gibt noch ein weiteres Beispiel. Ich weiß nicht, Aufwachen-Podcast vielleicht jemanden begriff. Die machen einen, die rufen auf, Produzent zu werden. Das heißt, deren Podcast ist komplett kostenlos und die produzieren ja auch kostenlos, schränken den überhaupt nicht ein. Die haben auch keine Werbung da drin oder so. Aber die sagen im Prinzip in jeder Sendung, hey, folgende Leute haben sich entschlossen, Produzent bei uns zu werden. Und wir bedanken uns bei, dann gehen die durch und listen die auch auf der Webseite und so. Und im Endeffekt bist du halt ein halber Produzent, glaube ich, für 50 Euro im Ganzen, für 100 Euro. Die bedanken sich aber für jeden Betrag, den du ihnen gibst. Das ist ja diesen Status. Und das geht ein bisschen in die Richtung von diesem Crowdsourcing. Ich stelle einen Hut in die Mitte, Modell, aber eben mit größeren Beträgen. Wo man dann sagt, Leute, wenn das, was wir machen, wer es wert ist, also wahrscheinlich funktioniert das für die Formate, wo man sagt, wenn in der Familie jetzt verschwindet, kriege ich schlechte Laune. Also es gibt da bei jedem vielleicht so ein, zwei Sachen, die er wirklich hört. Ich sage euch ehrlich, ich würde dem Oliver locker im Jahr einen Hunni auf den Tisch legen, damit der einfach weitermacht. Der ist aber zu nett, danach zu fragen. Er macht Patreon und er macht Flatter und so weiter. Aber das ist jetzt mein Beispiel. Jeder hat da seinen Oliver. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, worauf Sebastian raus wollte, weil er gesagt hat, es muss uns mal Geld wert sein. Und ich glaube, danach auch mal zu fragen, ist was, was je nach Format auch möglich ist. Dieses Crowdsourcing-Modell, das die da fahren. Aber da ist es halt dann freiwilliger. Wieder jetzt aus Inka-Sicht. Ich kaufe mir auch eine Zeitschrift über die Inka-Rei, kostet zwei Euro im Monat und die Schweizer sind gut. Kaufe ich noch einmal eine mit dir aus der Schweiz um drei Euro. Ich würde auch für eine Folge der Bienengespräche zahlen, zwei Euro. Ich kriege sie nur nicht verkauft. Ich kriege sie nur gratis. Scheiße. Das Produzent. Und dann bräuchte ich ein Bezahlsystem und ist das dann quasi die Audien-Geschichte, die die Leute eben dorthin treibt. Ja, wir müssen uns mal das angucken. Die Schwelle ist relativ hoch, also die wir den Leuten auslösen. Weil, angenommen, ich will dir jetzt zwei Euro geben, was du mir dann erzählst, ich sage jetzt zu dir, ich wäre bereit, dir jetzt zwei Euro pro Folge zu geben. Wie kann ich das machen? Dann sagst du zu mir, dann registrierst du dich mal da drüben bei Patreon und dann wirst du da mal Mitglied oder hier ist mein Paypal-Account. Die Leute sind umgekehrt, sind sie gewöhnt. Audible ist wahrscheinlich sowieso irgendwo in ihrem Spektrum unter Umständen, wenn sie da für Kunden sind. Sie sind gewöhnt, dass sie mal irgendwie so einen Streaming-Dienst irgendwo finanziert haben und sie sind es gewöhnt, dass sie für Radio eigentlich gar nichts bezahlen, weil sie ja schon die Bücher gezahlt haben. Und damit konkurrierst du. Du konkurrierst mit diesem Geld auslösen. Aber sie kriegen ja wirklich Informationen und das ist jetzt noch, also praktisch mal, sie würden ja auch zahlen, es gibt keinen Kanal, der das eben genau schön rüber macht, also quasi im Kiosk. Nur es gibt noch eine zweite Geschichte, die ist interessant, wenn man sich konkret um etwas bittet, die Hörer, kriegt man es auch. Also ich habe für den Sucherkarten gefragt und das Geld ist gekommen, gekommen und dann habe ich gesagt, es ist genug, es braucht nicht mehr und dann wird ja nichts kommen. Und es war genug Geld da. Das heißt, die Frage ist einfach nur, kann ich nicht die Hörer mir etwas bieten? Das geht. Und das ist genau das, was ich sage. Du kannst die Hörer, du hast eine loyale Community, die dir da draufhängt. Die ist auch mal bereit, dich zu stützen. Die mag es nur wahrscheinlich nicht so wirklich gerne, wenn sie gemolken wird. Also zumindest mein Teil der Community mag das in der Regel nicht. Genau. Aber es geht natürlich nicht auf die Masse, weil die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit der Masse gegenüber ist, glaube ich, der einfach die Säue. Die Masse braucht es echt fies. Da ist die Frage des Produkts. Also angenommen, du bist der einzige ernsthafte brauchbare Imker-Inhaltsanbieter, den es da so gibt. Und du sagst, liefere ich halt so. Du könntest ja auch anreichen, was auch immer. Das ist eine Frage des Produkts. Also Produkt und Markt müssen zusammenpassen. Im Moment gerade ist dein Produkt für niedrige Kosten zu haben und du forderst eigentlich von deinen Hörern sogar noch Aufwand. Und der ist nicht nur, dass sie dir zuhören, sondern der Aufwand ist auch, sie müssen dich finden, sie müssen sich eine Podcasting-Software installieren, sie müssen rausfinden, wie der Krempe mit dem Abonnieren geht. Das ist alles ein Investment, das sie tätigen. Das heißt, sobald du Hörer hast, die dich regelmäßig hören, sind die eine weite Strecke gelaufen, um bei dir zu landen zu stehen. Eine App würde die verkürzen. Zum Beispiel, ja. Aber dann ist halt, du könntest zum Beispiel eine App bauen und sagen, die ist Bezahl-App. Also die musst du bezahlen und dann konsumierst du darüber. Wenn ich bei der App kurz reingrätschen darf, also das hatten wir bei der Mediencrew halt auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen eine App, die ist dann automatisch der Fodcatcher. Ja, wir machen alles. Und diese ewig lange Kette ist ja, finden, anstatt dass man dann den Feed abonnieren muss, legt man sich halt die App runter. Das ist auch, es macht diese Kette nicht wesentlich größer. Und im Gegenteil, für uns als Produzenten macht es das Ganze eigentlich nochmal komplizierter, weil wir haben noch eine Baustelle, die man halt betreuen muss. Weil dann hat man halt die Geschichte, wir hatten nur eine iOS-App. Dann kommen die Ersten, die halt schreien, ey, ich will es auch auf Android haben. Wenn man die dann mit ihrer eigenen App befriedigt, was wir nie gemacht haben, dann kommen als nächstes die Windows-Leute, die schreien, aber ich will es auch haben bei mir. Und dann läuft halt wieder irgendwas nicht oder dann hat man irgendein Feature nicht drin und es wird immer und immer und immer mehr Arbeit, wo man dann ja unterm Strich sich ganz genau ausrechnen muss, ob es sich lohnt. Aber mal angenommen, die App wäre praktisch ein Modell, um Sponsorship einzusammeln. Und die App kostet 10 Euro. Also das war jetzt das, was ich jetzt gemeint habe. Also wenn du nicht sagst, die App als Alternative zum Abo, dann hast du ja dasselbe wie mit einem Podcatcher, nur schlecht. Sondern sozusagen sagen, hey Leute, es gibt eine App, die macht euch das Leben erstens einfacher und zweitens kostet die Geld. Und vielleicht gibt es eine kostenlose Variante mit so ein bisschen Anteasern und du hast dann auch die Möglichkeit, dich irgendwie umzuhangeln, wenn du es selber machen willst. Also es gibt alles auch für Podcaster. Aber zusätzlich gibt es eine sozusagen Sponsorship-Version davon, die kostet Geld. Das ist ein Modell, das du fahren kannst, ja. Und da gibt es auch noch die, die noch ein E-Book auf Amazon veröffentlichen, wo nichts für ihn steht oder nur eine Seite, aber das kostet dann 100 Euro oder so. Das wollte ich euch sowieso mal nahelegen. Probiert es einfach mal aus. Es gibt Wegwerf-E-Mail-Dienste da draußen. Einfach mal Wegwerf-E-Mail in Google eintippen. Und die funktionieren so, du gehst auf eine Webseite, du klickst mal, dann geben die dir eine E-Mail-Adresse. Manche erlauben dir auch selber, sich einen Namen dafür zu geben. Und dann geh mal her und bedien mal so ein Funnel. Also sag doch mal dieses kostenlose E-Book, was sie dir anbieten mit den ganz tollen Inhalten. Gebt ihr mal die E-Mail-Adresse, diese Wegwerf-Adresse und holt ihr das mal runter. Schaut euch das mal an. Es ist ernüchternd. Also es ist wirklich ernüchternd. Das sind zum Teil, also die 10, es gibt zum Beispiel so, das sind dann so 10 Seiten-PDFs, wo auf jeder einzelnen Seite ein Icon von einem Tool ist zum Beispiel, weil das Buch heißt 10 Tools, die du nicht mehr leben willst. Und es ist noch nicht mal Blog-Niveau, also es ist gar nichts. Die dienen nur dazu, dass man eben mal in ihre E-Mail-Adresse gegeben hat. Und das ist die böse Version. Die gute Version ist, dass man praktisch anbietet, mich zu unterstützen, indem man dieses Amazon-Bezahlsystem benutzt. Genau, wo die Leute wahrscheinlich sowieso schon sind. Ich würde auch gerne mal auf dieses Modell zurückkommen, man hat einerseits den Feed-in-Podcatcher und andererseits eine App, die teils bezahlt wird. Da frage ich mich, wie viele Leute man damit erhalten würde. Dann, ich warte mal zu behaupten, dass der Großteil der Hörer schon so in der Podcast-Szene verhaftet ist, dass die Beschreibung, wie ein Podcatcher funktioniert. Und dass das dann wirklich nur so der Bodensatz, also ganz wenig, genau, der nicht mehr da noch abgibt. Die nicht zur Hörergewinnung, sondern was ich vielleicht eher tun würde, wäre dann in meinem Podcast zu sagen, und übrigens Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, das ist ja nicht so ganz trivial, ich habe eine App gebaut, vorher Info, die kostet 10 Euro. Ich werde da hin und wieder mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Updates reinpacken oder irgendwas, was euch vielleicht zu meinem Podcast interessiert, aber eigentlich ist es dafür da, damit ihr mich unterstützen könnt. Wenn mir gefallen wollen wollt, kauft euch die. Das ist ein bisschen mehr wert als Anreiz. Aber wenn ich dann eine Anzahl, sage ich mal, von größer fünf Podcasts höre, die ich so unterstützen will, ist es einfach dann auch pain in the arse für mich, als ob ich was geben will. Also im Endeffekt, für mich heißt es eigentlich, eigentlich brauche ich Flatter in richtig. Ja, eigentlich willst du was haben, wo du einen Standard hast, wo du halt dein Geld verteilst und wo auch dann in der App vielleicht nicht 30 Prozent vom reichsten Unternehmen der Welt abgegriffen wird oder vom zweitreichsten, wie auch immer, das ist vielleicht nicht so gut. Und das ist halt so, die Plattform fehlt noch. Das ist das Gleiche, was die anderen Massenmedien auch haben. Das Problem, der eine macht Paywall, der Nächste einigt sich dann auf irgendein Bezahlsystem, der Dritte macht es werbefinanziert, der Nächste macht einen Adblocker. Das ist ja generell in der Medienlandschaft gerade die Diskussion. Du bist aber nicht die Zielgruppe. Also mal ganz ehrlich, wenn du dir irgendwelche Analysen und Statistiken anschaust, egal ob jetzt in Deutschland oder in den USA, dann hört der durchschnittliche Podcast-Hörer, also da reden wir schon von jemandem, der schon Podcast-Hörer ist, nicht mehr als fünf Formate regelmäßig. Und ich würde behaupten, für die, die er da wirklich regelmäßig hört, würde er vielleicht auch bereit sein, wenn es nicht wehtut, und dann meine ich nicht den Betrag, sondern dann meine ich das, wie mache ich denn diese Zahlung, die auch zu leisten. Und wenn dein Podcast unter diesen fünf ist, klar, wenn ich nicht für die 102 Podcasts, die ich höre, jetzt anfange, irgendwie hier eine App runterzuladen, aber für ein bis fünf vielleicht schon. Nee, nee, das ist mir klar, aber das Problem ist, dass du ja vielleicht als Content-Provider beide adressieren willst, und dann aber, wenn du sagst, ich mache jetzt das, dann kriegst du von denen, die Podcast-Junkies sind, halt nichts, weil die sagen, nö, ich höre jetzt 25, die ich unterstützen würde, die ich über eine App unterstützen würde, aber das ist mir viel zu viel Aufwand. Ich möchte einfach Kohle geben oder wie auch immer. Also die Plattform-Frage und die Standardisierungs-Frage, das ist, glaube ich, das, was wirklich insgesamt im Mediengeschäft die Frage ist, wie es entscheidet, sage ich jetzt. Aber es fängt damit an, mit der Frage, was ist es, für das ich Geld haben möchte? Das stimmt, ja. Und wenn du den Inhalt zu deiner Quelle machen möchtest, dann hast du die Frage, dann verkaufe ich den Inhalt exklusiv oder zum Teil und wie bekomme ich dann viel genug Kunden? Wenn du sagst, es sind die Hörer, die ich verkaufen möchte, dann brauchst du genügend Hörer, um für einen Dritten interessant zu sein. Oder du brauchst Hörer in einer ganz speziellen Nische, um für einen Sponsor interessant zu sein. Wenn es deine eigene Dienstleistung ist, die du verkaufen möchtest, dann bist du in der Nische gut aufgehoben und musst halt dann entsprechend den Podcast sich richtig positionieren. Oder du musst irgendwas produzieren, was für bestimmte Leute interessant ist einzukaufen. Also kann ja auch, also dass man halt irgendwie, was weiß ich, dass irgendwer einfach mal hergeht und die Radiobeiträge von dir halt dann bucht, sozusagen. Hat dir eigentlich jemand mal, also ich kenne kein Beispiel, da hat jemand mal so dieses Crowdfunding-Modell für Podcast-Evisions, da mache ich gesagt, erst wenn die Schwelle überschritten ist, ist die nächste zum Download verfügbar oder irgendwie sowas. Gibt es diese Modelle? Das ist die Schutzgelderpressung. Naja, das ist ja bei Crowdfunding auch, da kannst du mir nicht sagen, dass sie dann erst anfangen, das Ding zu entwickeln. Es gibt ein Beispiel, das in die Richtung geht und zwar auch gar nicht so unbekannt. 99% Invisible, kennt das jemand? Ja. Einer dieser wirklich toll produzierten, muss man sagen, US-Podcasts, der eigentlich als Privatmann angefangen hat und der irgendwann gesagt hat, Leute, geht nicht mehr, ist das zu viel Aufwand, ich höre auf. Und dann gab es eine Crowd, und da kam dann so viel Feedback, dass er gesagt hat, okay, ich bekomme hier gerade so viel Feedback, wisst ihr was, ich mache mal eine Crowdfunding-Kampagne und wenn ihr über folgenden Betrag drüber kommt, dann werde ich das als Vollzeitjob machen und wenn wir über diesen Betrag nicht drüber kommen, dann tut es mir leid, dann höre ich auf und nicht, ich gehe into eine Paywall oder so, sondern ich kann es halt nicht mehr machen. Und er hat sein Ziel ein Vielfaches überschritten. Ich glaube, der hat irgendwie gesagt, der braucht 50.000 oder 100.000 irgendwas, also der ist eigentlich in Kalifornien, also noch nicht mal in einem besonders großen Betrag, gemessen daran, dass er das halt dann Vollzeit machen wollte und die haben ihm die Tür eingerannt und im Prinzip seitdem gibt es dieses Format plus Seitenformate und so weiter und es ging halt mal rum. Gibt es, gibt es aber auch eben nur, wenn du entsprechend vorgelegt hast, weil der hatte nämlich, der hatte seinen etablierten Brand, das Produkt, was er abliefert, dieser Podcast ist erste Sahne, der ist bekannt, der hat einen TED-Talk gehabt und so weiter, also der war bekannt als, macht das gut. Für wie, wie soll ich sagen, aufrichtig hältst du dieses Angebot mit, ich gebe meine berufliche Karriere auf, wenn man, ich sage, über nur 50.000 Dollar kommt, das ist doch Quatsch, das macht doch keiner. Ja, er hat halt dann gesagt, er wird dann diesen Podcast Vollzeit irgendwie treiben, ich weiß auch nicht, ob es 50 oder 100 waren, was es halt war. Es wurde halt überschritten, Betrag wurde überschritten, also die Details müsste ich wirklich nachgucken. Das ist eben der Punkt, was kriegst du für dieses Crowdfunding, also gibt es dann quasi ein Jahr reise Arbeitszahlung und das andere ist eine Beruf, die Karriere, die du normalerweise über mehrere Jahre machst. Ja, Moment, aber gibt es quasi ein Commitment für ein Jahr weiterzumachen oder gibt es ein Commitment für ewig weiterzumachen? Also das finde ich als Podcast, das ist ja die Entscheidung, du hast entweder eine berufliche Karriere, die du fortführen kannst oder du gibst die auf, weil du ein Jahr lang den Podcast weiterhast. Also der hat sicherlich nicht die Sorge gehabt, dass er den Bach runtergeht. Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, wir haben dann ein freier Softwareentwickler zum Beispiel, das ist nämlich jetzt nicht genug, die sagen, ich habe jetzt mal die letzten fünf Jahre aufwendig, jetzt mal ein Jahr Urlaub. Gut, ich weiter. Dann wäre aber die Ansage für mich nötig gewesen, zu sagen, du brauchst das Geld. Naja, doch, wenn die 50.000 für ein, zwei Jahre reichen, wenn du anspruchsloser klar bist. Klar, 50.000 reicht nicht für den Rest deines Lebens, das ist klar. Also du machst da keine Karriere. Aber wir haben jetzt Deutschland gerade eine halbwegs ähnliche Geschichte, also diese Gaming-Ecke. Zwei ehemalige Mitarbeiter von der GameStar haben ja diesen Auf-ein-Wir-Gaming-Podcast und die haben sich und die haben sich jetzt halt auch hingesetzt und gesagt, hey, sie wollen das Vollzeit machen, sie machen es über Patreon. Und man hat gesagt, wenn wir monatlich über Summe X kommen, dann machen wir es. Das ist auch die Frage, wie lange hält das halt? Weil wenn man halt irgendwann halt nicht mehr liefert, ist das halt auch relativ dann schnell wieder vorbei. Also ich habe einfach gerade die Details übrigens nachgeguckt. Er wollte 42.000 haben und es ging nicht darum, dass er dann... Natürlich. Also es ging nur darum, ob er die Sendung weitermacht im Endeffekt. Und 170 hat er bekommen. So, man zittlich dividiert er 5.666. Jeder hat 30 Dollar zahlt. Hat jetzt nicht. Das ist okay. Also ich meine, World of Warcraft kostet ich im Monat 20 Dollar. Na und 30 Dollar haben die für einen Wiener-Förer gekriegt, die man so 20 ist. 13 Euro. Ja, dann hat das ist ja auch egal. Ich nehme auch 13 Euro. 30 Dollar ist... Ich werde sauber überzogen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr noch Pause haben, weil ich diskutiere gerne weiter. Ich kann es nicht auszaubern. 10 Minuten haben. Aber eine super Zusammenstellung dieses öffnische Aufschlüssel. Ich habe... Also wenn ihr die Slides anschaut, da sind auch die Links und so weiter drin. Ich werde auch den Link auf diese Diskussion nochmal rauspacken, weil da... Mein Artikel ist natürlich etwas strukturierter als die Diskussion im Endeffekt. Ja, ja. Mein Fazit ist, wenn man damit Geld verdienen will, muss man es ernst meinen, systematisch machen. Das in jedem Fall. Man muss sich überlegen, wie will ich es denn jetzt nun? Also will ich nur mit dem Produkt, will ich mit meinem Kunden, also meinen Kunden, die ich sonst irgendwie engagiere, will ich mit den Hörern? Was ist es, was ich verkaufen will? Und bitte fallt nicht auf diese Erfolgsstory für ihn schon und die Tumas rein, das wissen wir noch einmal. Aber welche Erfolgsstory? Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.